Oh, welch freudiges Erwachen! Die Fritzen sind zurück aus ihrem Winterquartier. Und schon geht's los. Am Samstag, dem 7. April, gastiert die Fritzen-Revue im Glasperlenspiel in Asberg unter dem Motto Back to the Past. Ich hoffe, man sieht sich. Karten einfach über www.glasperlenspiel.de. Also, lassen wir's... Mann, das war früh! Also, lassen wir's krachen! Na bitte, geht doch. Dann bis zum 7. April im Glasperlenspiel in Asberg, 20 Uhr. Wir freuen uns!